Hallöchen an alle auf YouTube. Es geht weiter mit Super Mario Galaxy. Und wenn ich das jetzt noch hinbekommen würde, ne? Diese Bewegungssteuerungs-Dreck-Ding, ey. Das gibt's nett. Können wir das bitte lassen? Auf der Switch, Alter. Hi YouTube. YouTube, ihr seht es ja. Enes sagt euch Hallo. So, hier ist ein Brief von, ja, natürlich Prinzessin Beach. Das ist immer derselbe Brief. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass sie den schreibt. Ja, aber den nehm ich gerne. Komm mal, lieber auf Twitch. Die Leute von Twitch sollen mal lieber auf YouTube kommen. Also bitte. So, hoho, wartet mal. Wo können wir denn jetzt überhaupt hin? Gab's nicht irgendwas Neues? Das Schlafzimmer, stimmt, das ist hier neu. So, weiter geht's. Warum tut mein Weisheitszahn jetzt wieder weh? Ich möchte dies nicht. Warum lauf ich eigentlich immer hier oben lang, wenn's da hinten einfach nur ist? Ich weiß auch nicht. Das ist halt einfach... Naja. Doch, ihr seid mir gut genug. Aber geht doch auch mal bitte auf YouTube. Was ist denn mit euch? Ach, den haben wir ja schon gemacht. Oh, ich brauch 26 Sterne. Okay, komm. Wir nehmen den zweiten Stern davon, dann haben wir wenigstens das nächste. Fertig. Sie hat so geplant, entführt zu werden. 1000 Briefen für Mario geschrieben, damit er sie retten kann, weil sie das geil findet. Ja, aber definitiv. Ich weiß auch nicht. Diese Frau lässt sich so oft entführen. Mario muss die so oft retten. Die hat doch einen Kink darauf, Alter. Die findet das doch mega geil, entführt zu werden. Das andere ist das doch gar nicht mehr. Okay, wartet kurz. Ich muss mal ganz kurz was trinken. Ne, jetzt gibt's ein YouTube-Abo, damit ich gleich Diabung kann. Dankeschön, Carlos. Dankeschön. Toll. Danke. So, wisst ihr was? Da mir das nicht genug ist. Um 21.11 Uhr abends trinke ich ein Energy. Mit Strohhalm. Ich glaube, ich sollte es lassen. Spiel hat gerade angefangen, jetzt erstmal was trinken. Ja, Regel Nummer 1, nicht trinken und dabei Chat lesen. Doch, doch, das mache ich tatsächlich. Ist ein Fehler, ich weiß. Warum schüttel ich eigentlich die ganze Zeit? Warum drücke ich nicht einfach Y? Bin ich dumm? Nein. Okay, Nevermind. Äh. Alter. Über Kopf ist nicht gut. Nein! Nein, bleib doch oben drauf stehen. Ich schieße die einfach mal weg. So. Was ist hier? Ah, okay. Nevermind. Ja, dann hätte ich das hier bitte auch gerne. Aber, ah, okay. So komme ich da hoch. Sehr schön. Schön zu wissen, wenn... Alter. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Es tut mir leid. Ich hatte es eben schon mal, aber... Das ist schwieriger, als es aussieht. Ich schwöre es euch. Das ist schrecklich. Diese Perspektive ist schrecklich. Alter! Okay. Geh hoch da. Bist du dumm oder so? Nein, lasst mir los. Wir werden lasst mir los. Gut. Sehr schön. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, hui. Nein. Ach, Mist. Ja, klar. Nein, nein. Hallo. Schüttel dich doch. Du Affe, Alter. Oh Gott, was ist das? Okay. Nevermind. Wir kriegen das hin. Ich... Wenn wir nicht gerade gegenrennen. Wenn wir dumm sind. Beziehungsweise ich dumm bin. Das ist wohl noch geschafft. Ja, gerade so. Oh, jau. Aha. Ja, schön. Juhu. Ui, jau. Mist. Ich hätt gern die Münze. Danke. Hier war doch sonst noch irgendwo einer. Hier war noch einer. Das weiß ich ganz genau. Wo ist der? Da drüben ist er. Ach, hier waren sogar noch zwei. Weg ist der. Ist der andere? Da hinten. Okay. Nevermind. Mist. Na komm. Ah, jetzt. Sehr schön. Drei Stück waren es. Glaube ich. Kann ich zählen? Ich weiß es nicht. Ich denke wohl. Da. Mist. Wir müssen das Level definitiv nochmal machen. Puff. So. Ich will gerade drauf landen, weißt du? Super. Toll. Oh Gott. Die Arme. Oh nein. Ist das böse. Das ist so böse, was wir machen. Oh Gott. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das ist total böse. Das ist total böse. Ist das wohl. Oh Gott. Noch mehr. Was ist das? Ich will. Ich will. Und so, her damit. Was ist denn das nächste? Ach, da. Da haben wir das schon. Haben wir das nicht schon? Ne, haben wir nicht. Okay, Nevermind. Hier haben wir den ganzen Kram. Die arme Raupe. Ja, Mann, die tut mir voll leid. Vor allem überleg mal, das ist auch noch der Kopf von der. Die hätte den Kopf halt da drin gehabt. Die Arme, ey. Es tut mir so leid. Oh Gott, ich wollte das nicht. Oh Gott. Ich wurde gezwungen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Her damit. Au, her damit, her damit. Oh, danke. Das sollte ich standardmäßig immer dabei haben, theoretischerweise. So wie ich spiele, ja. So. Perfekt. Oh Gott, der arme Hase. Oh Gott. Komm hier hin. Hey, wie soll ich den denn da rausholen? Ich weiß, dass der dich fressen will. Girl. Ah, okay. Okay, wir verfolgen ihn mal. Ich glaube, er ist ein bisschen aggressiv. Oh Gott. Der hasst mich. Da kommt ja jetzt mir hinterher und nicht mehr dem Karnickel. Ah. Nein, 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 nein. Lassen Sie mich um die Uhr. Was ist das für ein Pokémon auf Drogen? Ist halt echt so. Oh Gott, da kommt er an. Ah. Münze, ja. Pfff. Also. Ich brauche mehr Münzen. Ich brauche mehr Münzen. Ah. Münze. Ahaha. Jetzt braucht die, jetzt braucht die auch nur der Arme Maulwurf. Der Arme Maulwurf, der hat mich zuerst angegriffen. Ich brauche das unbedingt. Beziehungsweise ja, ich habe ihn zuerst angegriffen, aber nur, weil der so arme Karnickel fressen will. Okay, auch nichts dafür. Ich würde das lassen. Ich weiß, dass der dich fressen will. Eins, der darf mich kratzen. Ah. Angst tot der Fisch-Topfung. Ist das dein Ernst? Ah. Okay, das ist, das ist, wow. Fisch-Topfung. Oh, ist das denn mit euch? Ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, danke. Hm. Mist. Komm ran da, Amanda! Mist. Ach, bin ich dumm. Au. Wie zur verfickten Hölle soll das denn gehen? Hö, Hö, Dreck, Dreck, Dreck. Gut. Oh, das Karnickel hat sich versteckt. Super. Lass mich halt im Stich. Ist okay. Wie zur verfickten Hölle soll das gehen? Meine Fresse geht der mir auf den Senkel. Verpiss dich. Och, Dreck, 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 Dreck. Ich brauche eine Münze. Münze! Ich brauche eine Münze. Ich brauche eine Münze. Ich brauche eine Münze. Ich brauche eine Münze. Ich schieße es doch ab, danke. Münze. Ja, damit. Ah. Ah, jetzt. Sehr schön. Dein Ernst! Oh mein Gott. Weil der Maulwurf diesen hässlichen Stern hat, den ich brauche. Wissen wir zwar in dem Moment nicht, aber wer hat den Stern? Nein, es geht doch noch auf Zeit. Ah, gib mir den! Danke. Pass auf Maulwürfe. Und das. So. Naja, ich muss ja noch eine Stunde I Wanna Be The Guy spielen. Belastend. Das sagt er übrigens, ne? Also würde ich nochmal anwählen. Schönen Tag. Au, ich Idiot. Ach nee, jetzt hätte ich nur noch drei. Komm. Struller dich. Hau, hua, 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 hua. Hau, hua, hua, hua. Hau, hua. Meine Katze miaut. Seins fürchterlich. Keine Ahnung warum, aber sie miaut. Dein Maulwürfisch ist wirklich fast akzentfrei. Ich weiß. Hau, hua, hua. Besser als Haki ist Englisch. Ist das auf der Ernst? Danke, du hast mich gerettet. Bitte schön. Bitte, bitte. Au. Bin ich eine Intelligenzbestie und renne da erstmal rein, Alter? So. Das ist ja auch einfach, ey. Mann. Mann. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich das doch gemacht, Kumpel. Damit ich diese hässliche Galaxie habe. Meine Güte. So, jetzt gehen wir in diese neue Galaxie. Puff. Eisvulkanegalaxie. Ich glaube, die kenne ich nicht mal mehr. Ich bin mir auch nicht sicher. Die werden wir gleich erfahren. Let's go. Das, äh. Ja. Schlüpfriger Eisberg. Boah, Schlüpfriger Eisberg. Habt ihr ihr hört? Gut. Oh Gott. Doch, ich glaube, ich kenne die. Nein, ich kenne die. Nein, die ist richtig Horror. Ich hasse die. Bitte nicht. Ich, ich, ich hasse die. Huh. Kann der jetzt kurz wieder aufhören? Danke. Ne. Ah, da. Ein Pinguin. Na klar. Was machst denn du hier? Hey, Opa. Nennt uns dieses kleine Pimpfkind gerade Opa? Ist das dein Ernst? Hey, Opa. Übst du auch Eisrutschen? Dann lass uns gegeneinander antreten. Kannst du mich fangen? Ist das jetzt nicht dein Ernst? Der hat ja sogar einen Vorsprung. Was ein Arsch. Na komm, ich krieg dich noch. Dich krieg ich noch. Wenn ich richtig, ähm, naja, fahren würde. Et bad. Ey. Das ist jetzt dein Ernst, oder? Da ist er, 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 da ist er. Ich krieg dich. Ich krieg dich, Kumpel. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Dich krieg ich noch. Ha! So, ich sag dich krieg ich. So, bin im Halblerk, hab noch 6 Stunden YouTube-Video vor mir. What the fuck? Wie können Mario und Peach eigentlich im Weltraum atmen? Ich dachte, die beiden wären ein Mensch. Bei Peach weiß es niemand. Aber Mario, warum? Tja. Suche die Logik in Super Mario Spielen. Da gibt es keine Logik. Kein Mann der Welt würde safe für diese Olle, die sich 3000 Mal bisher gefühlt von demselben Entführer fangen lassen hat, sagen, nee, hier, komm. Ich renne da nochmal hinterher. Vor allem, er ist ein Klempner. Warum kann er so gut kämpfen, wenn er ein Klempner ist? Und warum klempnert er nie? Ja? Ist ja auch so eine Sache. Der ist gefühlt nie am Arbeiten. Wobbel verdient er überhaupt seinen Lebensunterhalt? Richtig. Mit nichts. Oh, der Heck. Hui. Puff. Dankeschön für die Münze. Ah, da ist Schildi oder wie auch immer dieses Schild nochmal hieß. Das Wasser hier ist bitterkalt. Wenn du hineinfällst, steckst du echt in Schwierigkeiten. Okay. Ich meine, das wäre echt Horror gewesen. Ich bin mir aber nicht sicher, wie Horror genau das war. Auf jeden Fall war es echt nicht lustig. Genau wegen diesem Mistviechern. Nein! Gott! Du wurdest zu Eis, Mario. Schütte oder drücke Y um zu skaten. Du kannst auch auf Wasser laufen. Sehr geil. Mega geil. Aber ich glaube, das war auf Zeit. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, es war auf Zeit. Da hat man es gehört. Um Gottes Willen. Wir stecken in Schwierigkeiten. Au, au, au. Das war auf Zeit. Alles klar. Wir müssen da oben hoch. Ups. Äh, danke. Ich würde auch gerne dort lang. Wir müssten eigentlich auch dort lang. Gehen als erstes. Hoch. Ich weiß nicht, wo wir dorthin kommen. Da ist nämlich ein Stern. Wir gehen, glaube ich, als erstes zu der Supermünze da hinten. Das wird, glaube ich, am schlausten. Bin mir aber nicht sicher. Alter, verpinkelt euch. Ich mag euch nicht. Geht weg. Juhu. Juhu. Schnell weg. Besser, schnell weg. Juhu. Dankeschön. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie wir die hier wegmachen konnten. Okay, ich habe keine Ahnung. Nein. Au. Okay. Äh, noch nicht. Noch nicht. Wartet. Ich muss also mal. Ach, Mist. So, und bei Peach. Peach ist halt Marios wahre Liebe. Ist Mario ein Jandero oder ein Stol... Oder... Und stalkt Peach? Oh, wer weiß. Wer weiß. Vielleicht will sie auch einfach nur weg von ihm. Das kann halt auch möglich sein, ne? Oh, dieses Level ist echt Dreck. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Hiui. Jetzt nächstes gehen wir mal dorthin, wo der Stern ist. Und... Und... Ich stelle euch einfach mal vor, Bowser ist eigentlich der Gute, weil er, ähm, Peach die ganze Zeit von Mario rettet. Aber warum zur Hölle sollte dann, ähm, Peach am Anfang von Super Mario Galaxy, ähm, Mario einen Brief schicken von wegen, komm bitte zum Schloss. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Yes. Sehr schön. Oh Gott. Meine Güte. Okay. Mist. Mist. Dann warten wir hier nochmal, weil das schaffe ich in der Zeit echt nicht. Sehr schön, nochmal. Let's go. Dö, 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 dö. Gott, meine Güte. Ich hasse es. Ja, das, das, äh, hab ich ja eben auch gesagt. Dass Mario, was Peach immer ruft, könnte eine Illusion von Mario sein. Aber bei Mario Galaxy würde Bowser Mario für immer töten und hat es aber nicht geschafft und einfach wieder Peach gerettet. das kann halt auch möglich sein. Das wäre auf jeden Fall logischer als das, was hier generell die ganze Zeit passiert. Ach, Peach, was? Du wurdest schon wieder zum 30. Mal, äh, dieses Jahr gefühlt, äh, entführt? Ist okay, ich rette dich. So nach dem Motto. Wollte ich nur mal erwähnen. Kannst du mir eine Münze geben? Dann halt nicht. Könnt ihr mir Münzen geben? Bestimmt, oder? Juhu, danke. Ey, du sollst mir keine Münze entziehen, du sollst mir eine Münze geben, du Affe. So, also echt. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar, schön. Höh! Au! Oh, Gott! Gott! Ich nevek hier. Höh! um Gottes Willen, ich dachte gerade Uiuiui Was? Hallöchen, Sinimi Okay, niemand will dir eine Münze entziehen Doch, der wollte mir eine Münze entziehen Der hat mir auch eine Münze entzogen, also von daher Scheiße, Mann Da hinten ist eine Feuerblume Schön, schön zu wissen Ich brauche keine Feuerblume Ich brauche nur Dinge ins Hä, wie soll ich den dann Das bringt nichts, okay Wie soll ich den kriegen? Ich checke es nicht Ich kann mir hier auch losen Aha Andere Seite Okay Cool, schön zu wissen Schieße mich ab, ist okay Puff, puf, puf Puff Oh, ich werde gar nicht so schnell Hallo, stuck doch nicht Du stuckst, alter Du hässliches Stück Scheiße Sorry Gehen wir nochmal hier hin Because of Ich weiß nicht Ich glaube nicht, dass ich das rechtzeitig hoffe Danke Hallo, warum Ja, und was muss ich bei dem machen? Alter Alter, oh mein Gott Ah Nicht ins Wasser Au Sieht doch nicht aus wie ein Stück Haha Das hat halt echt null gebracht Dass ich jetzt dort war Ich glaube ich muss schon zu den hoch Mein Problem ist halt einfach, dass ich hier unten zu lange Zeit verschwendet habe Kackvieh Was? Als ob es dem wieder gut geht So nett, sein Ernst. Dann halt nochmal. Let's go. Leicht? Ich muss den bestimmt so zehnmal treffen oder so. Safe. Mal wieder. Das Schöne ist, dass ich dafür prinzipiell eigentlich nicht mal Dingens-Mario brauche. Eis-Mario. Wenn er mich nicht gerade runterschleudern würde. Mist. Jetzt haben wir noch drei. Okay, in der Wand. Oh, zwei. Belastend. Richtig belastend, um Gottes Willen. Hui. Juhu. Hui. Juhu. Nein. Ah. Oh nein. Oh nein. Du kriegst mich nicht, Kumpel. Oh shit. Er hat mich bekommen. Mist. Oh, um Gottes Willen. Oh, Noob. Danke. Danke für den Raid. Dankeschön. Wie geht's? Wie steht's? Ich verzweifle gerade so ein bisschen an diesem hässlichen Mistvieh. Es tut mir leid. Ich muss das gerade so nennen, weil es ist ein hässliches Mistvieh. Das ist schrecklich. Aha. Oh Gott. Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr so gemacht? Ich glaube, ich wollte heute eigentlich auch bei dir vorbeischauen, aber ich hab's nicht geschafft. Upsi. Tut mir leid. Ja. Mario stuckt doch nicht immer. Der stuckt doch voll. Jetzt hat er mich schon wieder runtergeschubst. Ich könnte kotzen. Wie schön, dass ich dafür prinzipiell kein Nice Mario brauche. Na komm. Dankeschön. Nein. Nicht wieder ans Wasser. Ich bin doch mit dem scheiß Wasser. Ähm. Death Stranding und dann gemurmelt. Sehr schön. Das hört sich spannend an. Death Stranding wollte ich auch irgendwann mal spielen, aber das ist so ein riesiges XXL-Spiel. Das ist... Oh Gott. Mann, ich würde die ganze Zeit B drücken, damit ich wieder weitermachen kann. Ich muss halt einfach auf diesen hässlichen Button klicken. Schrecklich. So. Jetzt nochmal. Wenn wir das nicht gleich hinkriegen, ne? Ich würde es euch überspringen diese ganze Galaxie. Galaxie. Genau. Galaxie. Ich überspring die einfach. Das ist schrecklich. Ich hasse dieses Mistvieh. Los. Du... Oh, du Kackaffe. Das schaffe ich never mehr. Super. Können wir eigentlich direkt wieder in die Hülle hier reingehen. Ja, mit der Pflanze. Danke. Äh. Es gibt Menschen, die das mögen. Ich mag beispielsweise von Honeyball die Arbeitsstreams. Da tippt man halt... Sie tippt original nur auf die Tastatur. Aber ich mag das einfach. Ich weiß nicht warum. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich hab das doch schon mal geschafft, Mann. Ich hab das Spiel zu 100% durch. Sei froh. Also falls du hier Mario Galaxy meinst, ne? Ich hab das als Kind auch mehrere Male durchgespielt, aber... Das ist langsam echt belastend. Wie konnte ich das als Kind spielen? Und warum hat mich das als Kind nicht aufgeregt? Yes. Sehr schön. Nein. Nicht. Nein. 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 Ah. Ah. Hahaha. Mit der Münze. Dankeschön. Haha. Jetzt wird aber ein bisschen aggressiv hier. Kumpel. Was habe ich dir denn getan? Ach ja, warte. Ach ja, was? Kannst du bitte aufhören zu schießen? Hörst du mal auf zu schießen? Danke. Och. Das ist nett. Der geht mir so auf den Senkel. Der geht mir so auf den Senkel. Ich lese eure Nachrichten gleich alle, aber ich bin jetzt erst mal auf dem Weg zu unserem Kumpel hier oben. Na, Brudi, was geht? Ich bin wieder da. Ich habe vergessen, mich zu drehen. Alter, alter. Als ob. Ob ich das jetzt nicht hinbekommen habe? Los. Ich trau dich noch mal nach unten. Nein. 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 Oh Gott. Nicht jetzt Wasser. Gott. Das ist jetzt das erste Mal seit ungefähr 10 Jahren, dass ich es wirklich richtig wieder spiele. Also mit dem Account hier, sage ich mal. Das ist das erste Mal, dass ich es seit 10 Jahren dieses Spiel spiele. 10 Jahren? Kommt hin, glaube ich. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar 2015 noch angepackt. Ich glaube, 2015 hatte ich sogar meine Wii noch. Dann sagen wir mal seit 6 Jahren. Sagen wir einfach mal seit 6 Jahren. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal bei Galaxy gespielt habe, aber ja. Ich habe es damals in meiner Kindheit gesuchtet. Das war so eins meiner Top 10 Spiele, die ich gesuchtet habe. So, Kumpel. Komm ran da, Amanda. Danke. Nein. Du ästlige Kackbratze. Leichte Aggressionsprobleme heute im Stream. Leichte. Leicht. Just saying. Nein, du... Boah, ich hasse dich. Ich hasse dich. Das gibt es nicht. Was ist denn mit dir? Du komisches Kackvieh. Sorry. Nein. 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 Nicht ins Wasser. Der Boden ist, naja, okay. Nicht Lava, sondern Wasser. Aber trotzdem. Der Boden ist schlecht. Fertig. So. Nein. Ah. Der fegt mich immer weg. Das ist schrecklich. Hör auf, mich wegzufegen. Oh, Mistvieh. Danke. So. Nein. Er hat seine Geschwister geholt. Oder Cousin oder Cousine. Was auch immer das ist. Seine Family. Ich wollte auch immer eine Wii U haben, aber... Ich bin irgendwie froh, dass ich doch keine hatte. Die Wii U hat einfach... Es tut mir leid, aber ich finde, das ist einfach die schlechteste Konsole von Nintendo. Ich finde die halt einfach überhaupt nicht gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ja, endlich. Oh. Kackbratze. Sorry. Der ging mir gerade so auf die Eier. Der mit diesem hässlichen Stern. Oh. Meine Fresse. wie lange haben wir jetzt an dem gesessen 15 minuten meine güte was für ein hässiges misst und es war es schützt ihn so keine 2 3 Bis zum nächsten Mal.